Etwas begründen 1 Warum kommen sie nicht? Das Wetter ist so schlecht. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Warum kommt er nicht? Er ist nicht eingeladen. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Warum kommst du nicht? Ich habe keine Zeit. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Warum bleibst du nicht? Ich muss noch arbeiten. Ich komme nicht, weil ich noch arbeiten muss. Ich bin müde. Ich gehe, weil ich müde bin. Warum fahen Sie schon? Es ist schon spät. Ich fahre, weil es schon spät ist. Ich bin müde. Ich bin müde.